Kennen Sie schon treffpunktrheinland.de? Der neue Online-Marktplatz der Rheinischen Anzeigenblatt-Gesellschaft. Sämtliche Anzeigen, die Sie in unseren Anzeigenblättern in der Rubrik Bekanntschaften aufgeben, erscheinen jetzt zusätzlich im Internet. Online und Print – ein starkes Paar, denn wahre Liebe gibt es nicht nur im Verteilgebiet unserer Printmedien. Treffpunkt Rheinland bringt Sie alle zusammen. Sämtliche Anzeigen aus unseren kostenlosen Anzeigenblättern ergänzt durch zahlreiche weitere lokale und überregionale Inserate aus unseren Partnerverlagen. Das lässt die Herzen höher schlagen.